Soll man Yoga zu Hause lernen oder in einem Kurs lernen? Ist es möglich, Yoga zu Hause zu lernen oder kann man Yoga nur in einem Kurs lernen? Was ist besser, Yoga zu Hause oder in einem Yoga-Kurs? Da sind einige Fragen, die mir gestellt wurden. Mein Name ist Sukadeh von yoga-vidya.de Grundsätzlich, wenn es möglich ist, ist es besser, Yoga in einem Kurs zu lernen. Und inzwischen gibt es ja in Deutschland, in nahezu jeder Stadt, sogar in den meisten Dörfern, Yoga-Kurse, mindestens in Volkshochschulen, oft in Yoga-Studios, in Yoga-Zentren. Und natürlich könntest du auch an einem Wochenende zum Beispiel ein Yoga-Meditation-Einführungsseminar bei Yoga-vidya besuchen oder auch eine Yoga-Ferienwoche mitmachen, Sonntag bis Freitag. Und dort kannst du Yoga sehr gründlich lernen. Die meisten Menschen beginnen Yoga an einem Yoga-Kurs, sie üben. Sie lernen in einer Gruppe einmal die Woche und so bekommen sie die Motivation der Gruppe. Sie lernen vom Yoga-Lehrer, von der Yoga-Lehrerin, welche Übungen besonders gut für sie sind und bekommen dann eben auch Tipps für die Praxis zu Hause. Ein guter Yoga-Kurs ist immer auch ein Kurs, wo du auch Tipps bekommst für die Übung zu Hause. Wenn das nicht automatisch mit eingeschlossen ist, dann frag doch deinen Yoga-Lehrer, deine Yoga-Lehrerin, was du zu Hause üben kannst. Mein Tipp ist insgesamt, nach Möglichkeit einmal die Woche in einem Yoga-Kurs zu üben und dann jeden Tag etwas zu machen. Bist du Anfänger, dann übe 5 bis 10 Minuten zu Hause. Lass deine Yoga-Lehrerin dir ein paar Tipps geben. Du kannst zum Beispiel üben eine Atemübung wie Kapalabhati oder Wechselatmung, dann ein paar Runden Sonnengruß und dann Vorwärtsbeuge, Rückwärtsbeuge, Drehung und dann eine kurze Entspannung auf dem Rücken. Eventuell die tiefen Entspannungen nochmal am Abend beim Einschlafen oder zusätzlich zur Yoga-Praxis an einem anderen Moment. Das wäre eine einfache Übung zu Hause. Du kannst natürlich auch länger zu Hause üben. Wenn es dir jetzt nicht möglich ist, einen Yoga-Kurs zu besuchen oder die einzige Yoga-Schule, die du im Ort hast, Yoga zu Zeiten hast, wo du nicht kannst oder du hast mal einen Yoga-Kurs mitgemacht und es war doch nicht das Richtige, dann kannst du auch Yoga zu Hause lernen. Auf unseren Yoga-Vidya-Internetseiten gibt es zum Beispiel den Yoga-Anfängerkurs 10 Wochen, mit dem du dir selbst Yoga beibringen kannst. Dort gibt es zu jeder Woche ein Kursvideo und zusätzlich gibt es für jede Woche ein kurzes Praxisvideo und langes Praxisvideo. Du kannst also zu Hause üben und du bekommst die Hintergründe zum Yoga, du bekommst einige Zusatzinformationen und dann kannst du entweder 5 bis 15 Minuten üben mit dem kurzen Praxisvideo oder 20 bis 45 Minuten üben mit dem langen Praxisvideo. Das kann dir helfen, gut zu Hause ins Yoga hineinzukommen. Die einfachste Weise, auf diese Videos Zugriff zu bekommen, geht mit unserer Yoga-Vidya-App im iTunes Store oder auch im Google Play Store. Da suchst du einfach nach Yoga-Vidya, V-I-D-Y-A und dann bekommst du den ganzen Zugriff auf unseren Anfängerkurs 10 Wochen, die Videos und kannst mit denen wunderbar üben. Also, du kannst Yoga zu Hause lernen, die Erfahrung ist tiefer in einem Kurs und das Ideale ist, du gehst einmal die Woche in einen Yoga-Kurs und übst zusätzlich jeden Tag etwas oder etwas mehr Yoga. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Dein Sukadev von yoga-vidya.de Dein Sukadev von yoga-vidya.de